Ein leckeres, zartes Jägerschnitzel, das geht doch immer! Heute zeige ich euch, wie ihr das ganz einfach zu Hause zubereiten könnt. Und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich starte mit den Pilzen, die putze ich mit einem Tuch und schneide sie dann in Scheiben. Und wenn ihr auch so schöne Austernpilze habt wie diese, die braucht ihr noch nicht mal schneiden, die könnt ihr einfach so rupfen in gleichmäßige Stücke. Jetzt erhitze ich die Butter in der Pfanne und brate da drin die Pilze an. Die Pilze würze ich jetzt gleich mit Salz und Pfeffer. Das Salz zieht Wasser. Dadurch kann ich sie viel einfacher anbraten. Sie werden nicht so schnell braun. Während die Pilze gar werden, kümmere ich mich um die Zwiebeln. Die schäle ich und schneide sie in gleichmäßige Streifen. Die fertigen Pilze nehme ich jetzt heraus, gebe die Zwiebeln mit etwas Butter wieder in die Pfanne. Die werden auch angeschwitzt. Dann mit Mehl abstäuben und das Ganze füllen wir dann mit unserer Brühe auf. So bekommen wir unsere Soße. Und wenn es so aussieht, dann rühren wir Schmand und Tomatenmark dazu. Jetzt geben wir die Pilze und den Weißwein dazu und dann kümmern wir uns um die Schnitzel. Meine leicht plattierten Schnitzel würze ich jetzt mit Salz und Pfeffer. Dann meliere ich sie, stäube sie so ein bisschen ab und brate sie dann goldbraun in Butter. Für die meisten ist ein Schnitzel immer paniert. Wir machen das heute aber ohne Panade, weil wir die leckere Jägersauce darüber geben. Aber wie sieht das denn bei euch aus? Wie esst ihr euer Schnitzel am liebsten? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich mache mir das heute ein bisschen einfacher und bereite die Spätzle nach Packungsanweisungen zu. Wenn ihr allerdings wissen möchtet, wie man frische Spätzle zubereitet, dann haben wir da oben schon mal ein prima Video für euch vorbereitet. Die Schnitzel sind jetzt perfekt gebraten. Sie sind saftig, haben eine schöne Farbe. Und die Bratbutter, die hat den Geschmack von dem ganzen Fleisch aufgenommen. Die geben wir jetzt zur Jägersauce. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Fast fertig. Für den frischen Geschmack und fürs Auge hacken wir uns noch ein bisschen frische Petersilie. Das sieht doch richtig gut aus, oder? Macht doch Appetit! Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Nicht vergessen, Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ich probiere jetzt mal. Richtig gut. Tschüss, euer Kalle.